Applaus Und damit sie sich auch in Zukunft wohlführen, haben wir für alle neuen Schulanfänger auch Paten des zukünftigen vierten Schuljahres gewählt. Ich möchte ganz, ganz schnell jetzt die Kinder des zukünftigen vierten Schuljahres, also das jetzige dritte Schuljahr, auf die Bühne bitten, dass sie sich hinter ihre Patenzimmer stellen. Oh, das ist eine Patenzin. So, jetzt haben die neuen Schuljahres mit ihren Paten auch nochmal einen ganz klausen Beifall bei uns. Applaus Ich habe vorhin davon gesprochen, dass das Leben verändernd ist. Unsere zukünftige Klasse 1 wird eine ganz neue Lehrerin bekommen. Die Frau Claudia Bittner hat schon mal vor zwei Jahren ein halbes Jahr, als ich ein halbes Jahr auch in Kamen-Hehren tätig war, hier an der Armin-Schule gearbeitet. Und sie wird die neue Klassenlehrerin des ersten Schuljahres sein. Ich bitte Frau Bittner auf die Bühne. Applaus Als kleiner Willkommensschule ein gutes Haus für Frau Bittner. Wir wollen hoffen, dass sie sich in der Armin-Schule wohlfühlt und wünschen ihr alles sehr wirklich Gute. Ich bitte Frau Bittner auf die Bühne. Ich bitte Frau Bittner bei mir brave가요. Ich bitte dieselbe Infoberschaft be Sophosier. Ich bitte Frau Bittner auf. Ja gut ist jetzt auch R listening. Es ist das Richtiges. Es ist dann da dich mitt. S Bourget ging . ación Kassel